Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht um die Eigenschaften, Verwendung und Bedeutung von Kochsalz. Du kennst bereits Kochsalz und du weißt, wie es gewonnen wird. Nachher kannst du die Eigenschaften von Kochsalz nennen, seine Verwendung erläutern und dich zu seiner Bedeutung äußern. Der Film besteht aus den drei Abschnitten 1. Eigenschaften von Kochsalz 2. Verwendung von Kochsalz und 3. Bedeutung von Kochsalz 1. Eigenschaften von Kochsalz Kochsalz wird chemisch auch als Natriumchlorid bezeichnet. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.